Hallo und willkommen zurück in unsere Van. Wir wollen heute die Gelegenheit nutzen, euch unser Fahrzeug mal so richtig vorzustellen mit all seinen Zahlen, Daten, Fakten. Und wir wollen euch aber auch gleich einige Tipps an die Hand geben, wie ihr euer perfektes Fahrzeug finden könnt. Der Fabian hat am Ende auch noch ein paar richtig wertvolle Tipps, wie ihr ein Fahrzeug finden könnt, das so wie unseres auch bis zu 20% unter dem Marktpreis liegt. Also bleibt unbedingt bis zum Ende ran. Bevor es aber richtig losgeht, noch eine Bitte, wenn euch das Video gefällt, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Dadurch unterstützt ihr uns hier kostenlos bei diesem richtig coolen Projekt und schaut auch voll gerne bei Instagram vorbei. Da halten wir den Umbau nämlich auch fest und da seid ihr dann quasi in Echtzeit immer top auf dem Laufenden. Jetzt würde ich sagen, geht es direkt los, oder? Jawohl. Unser Fahrzeug. Ein Fiat Ducato L3 H2 aus dem Jahr 2008, beziehungsweise er hat die Erstzulassung 2008. Das Fahrzeug haben wir zweiter, nee, erster Hand gekauft. Wir sind die zweite Hand und er hat 178.000 Kilometer runter und nagelneuen TÜV. Und wir haben für dieses tolle Fahrzeug, das von Grund auf in einem sehr soliden Zustand ist, 6.000 Euro gezahlt. Der war als Werkstattwagen eingesetzt, beziehungsweise als Servicefahrzeug quasi. Die sind damit zum Kunden gefahren und haben beim Kunden landwirtschaftliche Fahrzeuge gerichtet damit. Und natürlich hat er ein paar kleine Makel, was nicht auszuschließen ist bei einem gebrauchten Transporter. Und die zeigt euch die Mira jetzt. Wir haben im linken Spiegelgehäuse ein Loch. Das Radio funktioniert leider nicht mehr. Im Innenraum war ein Abluftschacht installiert, deswegen haben wir jetzt ein viereckiges Loch im Boden. An der rechten Seite ist eine Delle, die ist aber nur äußerlich und hat den Rahmen nicht beschädigt. Und an den hinteren beiden Türen sind jeweils die Scharniere eingerissen. Also alles in allem sind es kleine Schäden, die echt überschaubar sind vom Zeitaufwand. Und die ganzen Metallarbeiten, die macht, beziehungsweise der unterstützt uns einen Freund. Der wird es zum größten Teil wachen und wir unterstützen ihn. Der kann sehr gut professionell schweißen und dann ist das Ding wieder ready. Also es sind Kleinigkeiten. Fabian hat ja ursprünglich Automechaniker gelernt und kennt sich auch beim Kauf von Gebrauchtwagen recht gut aus. Dadurch hatten wir Persönliches sehr einfach, was uns natürlich einfach die Arbeit extrem erleichtert hat. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht jeder das Glück hat, einen Automechaniker als Freund zu haben oder einer zu sein. Deswegen haben wir eine kleine Checkliste für euch vorbereitet, die euch hilft, für euch das perfekte Fahrzeug zu finden, nicht die Zeit mit irgendwie den falschen Fahrzeugen zu verschwenden und da einfach ein cooles, gutes Gefühl dabei zu haben. Als erstes solltet ihr natürlich eure Bedürfnisse ganz klar definieren. Das heißt, wollt ihr ein festes Bett oder wollt ihr eine umbaubare Sitzecke? Wollt ihr eine Indoor-Küche oder wollt ihr eine Outdoor-Küche? Wollt ihr eine Nasszelle oder nicht? Wollt ihr Stehhöhe oder nicht? All diese Sachen sind ganz, ganz wichtig zu beachten, bevor ihr euch das Fahrzeug aussucht. Gerade in Bezug auf Länge, Höhe und Breite ist es ganz wichtig, dass ihr euch Gedanken macht in Bezug darauf, wie groß ihr seid und auch, ob ihr quer oder längst schlafen sollt. Und denkt dabei auch daran, dass sowohl die Dämmung als auch die Verkleidung in euch jeweils nochmal ein paar Zentimeter nehmen. Das solltet ihr auch berücksichtigen. Und denkt auch daran, je länger der Van wird, desto weniger von diesen Fahrzeugen sind auf dem Markt, desto teurer werden sie in der Anschaffung und im Umbau. Und ihr müsst auch berücksichtigen, dass ihr zum Beispiel auf einer Fähre mit einem Wagen in L4 recht schnell auf Überlänge kommt und dementsprechend mehr dafür zahlt. Wir haben uns aufgrund all dieser Kriterien für ein L3 entschieden. Das passt für uns super. Da kriegen wir alle unsere Bedürfnisse mit einem coolen Layout unter den Hut und sind trotzdem nicht zu lang. Nee, perfekt. Wenn ihr jetzt also definiert habt, auf was es ankommt, geht es jetzt darum, welches Fahrzeug soll es werden, welche Marke. Und da gibt es eine große Auswahl. Es gibt zum Beispiel den Fiat Ducatu, den Peugeot Boxer, den Citroën Jumper. Bei den drei Fahrzeugen ist es so, die sind vom Grund auf, sind das alles die gleichen Fahrzeuge, also das gleiche Basisfahrzeug. Die unterscheiden sich quasi nur in der Motorisierung zum größten Teil. Das andere sind nur Nuancen. Und dabei ist aber schon wichtig zu sagen, dass der Fiat Ducato schon mit den zuverlässigsten Motor hat. Darum haben wir uns auch für diesen Ducato entschieden. Dann gibt es noch andere Fahrzeuge. Es gibt noch den VW Crafter. Der punktet besonders damit, dass er dafür bekannt ist, sehr langlebig zu sein. Also da gibt es Fahrzeuge, die haben gut die halbe Million Kilometer geknackt und laufen immer noch. Dann unter anderem ist der Crafter relativ breit. Das heißt, wenn ihr groß seid, könnt ihr da auch noch quer drin schlafen mit einem coolen Setup. Und der Nachteil ist wiederum beim Crafter, die älteren Modelle sind schon sehr rostanfällig. Und der, sag ich mal, ein Mercedes oder ein Fiat, den kannst du auf der ganzen Welt sehr, sehr cool reparieren. Mit dem VW Crafter ist es so mittelmäßig. Also genau. Das nächste Fahrzeug ist der Mercedes Sprinter. Vorteil vom Sprinter, er ist auch weltweit bekannt und Mercedes kann man auf der ganzen Welt reparieren. Er ist relativ zuverlässig und solide. Gut, die alten rosten ein bisschen, die neuen nicht. Und ja, das sind die Vorteile. Die Nachteile vom Sprinter sind folgende. Er ist von der Form her so ein bisschen wie so ein Ei. Also er wird oben recht schmal, was den Ausbau ein bisschen schwieriger gestaltet, wie jetzt bei einem eher rechteckigen Fahrzeug. Und er ist auch in der Gesamtbreite nicht so breit wie jetzt zum Beispiel ein Fiat Ducato oder schon gar nicht so breit wie ein Crafter. Also umso größer ihr seid und quer drin schlafen wollt, umso unwahrscheinlicher ist, dass ein Fiat, Entschuldigung, dass ein Mercedes Sprinter für euch passt. Was es zum Mercedes Sprinter noch hinzuzufügen gibt, der ist relativ teuer. Also das ist mit das teuerste Fahrzeug auf dem Markt von der Anschaffung. Und auch wie ihr euch vorstellen könnt, Mercedes Teile sind jetzt auch nicht die allergünstigsten. Wobei jetzt das nicht so viel ausmacht, aber Anschaffung ist schon sportlich. Und dann gibt es noch andere Fahrzeuge. Das ist der Renault Master und dann noch der Nissan. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Mit denen haben wir uns persönlich nicht so befasst, weil die einfach nicht so gängig sind. Und umso gängiger ein Fahrzeug ist, umso mehr werdet ihr auch im Internet dazu finden und umso mehr Ersatzteile auf der ganzen Welt werdet ihr auch finden, falls mal irgendwo was los ist. Nachdem ihr jetzt wisst, welches Fahrzeug das für euch sein soll, geht es jetzt natürlich an die Suche. Und da gleich mal vorweg, je klarer eure Vision, was es für ein Fahrzeug sein wird und je größer eure Geduld da ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr euer perfektes Fahrzeug finden werdet. Und damit sind wir auch schon bei den ganz konkreten Tipps, wie ihr euer perfektes und gleichzeitig sehr günstiges Fahrzeug finden könnt. Tipp Nummer 1 ist, arbeitet mit Suchfiltern und mit Push-Benachrichtigungen. Wir waren vor allem auf eBay-Kleinanzeigen und Mobile unterwegs. Auf den Portalen kommen jede Woche hunderte Fahrzeuge online. Und da ist es eigentlich selbsterklärend, dass da ein gewisser kleiner Prozentanteil dabei ist, der wie unser Fiat Ducato weit unter dem Marktpreis liegt. 20, 30 Prozent sind da möglich. Und jetzt gilt es schnell zu sein. Das heißt quasi, da kommen wir jetzt gleich zu Tipp 2, wenn das passende Fahrzeug da ist, fackelt da nicht lang. Nimmt einen Hörer in die Hand und ruft die Leute an. Und wenn jetzt zum Beispiel in der Beschreibung drin steht, hey, ich bin ein tolles Fahrzeug, mit mir ist alles in Ordnung, dann macht es das ganz so, wie es wir gemacht haben. Unser Anbieter hatte keine Telefonnummer drin. Ich habe ihn dann angeschrieben und habe ihm gesagt, hey, ich nehme das Fahrzeug. Ihr habt gar nicht, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schnell der gute Mann zurückgerufen hat. Und dann, ganz wichtig, ihr könnt dann immer noch einen Rückzieher machen, wenn es jetzt zum Beispiel heißt, hey, das Fahrzeug ist jetzt doch nicht so angegeben und doch nicht so tadellos wie jetzt in dem Inserat. Ganz wichtig ist aber auch so schnell wie möglich der telefonische Kontakt. Weil im Grunde ist es so, je sympathischer ihr euch seid, desto wahrscheinlicher ist es, dass er das Fahrzeug an euch verkauft und seid dann auch so, wenn ihr euch sicher seid mit dem Fahrzeug und das wirklich haben wollt und sagt, ich schaue das in fünf Tagen an, dann macht es wie wir, sichert dem Verkäufer zu, dass ihr das nehmt und sagt ihm, er soll es auch bitte raustun, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn er dann sagt, oh ja, da hat mir jetzt jemand 300 Euro mehr geboten und darum seid ihr raus. Das passiert euch nicht, wenn er es... Wenn ihr ihm einfach zusagt, dass ihr es nehmt. Genau so ist es, wenn er es rausnimmt. Dann kommen wir auch schon zu Tipp Nummer drei und der bezieht sich nochmal auf die Suchfilter. Limitiert euch da nicht auf irgendeine Kategorie, zum Beispiel Fahrzeuge oder Autos. Bei uns war es nämlich so, unser Van war nämlich in der Kategorie Ersatzteile drin. Das heißt, wenn wir nur den Filter Fahrzeug oder Autos drin gehabt hätten, dann hätten wir den nie gefunden. Wir glauben, dass das auch der Grund ist, warum wir den so günstig bekommen haben und der nicht schneller weg war, als er es war, weil er eben in der falschen Kategorie drin war. Also limitiert euch da auf keinen Fall. Lasst einfach die Kategorie leer am besten. Unser vierter Tipp ist, nutzt Visualisierung für euch. Für uns hat die klare Vision nämlich echt Wunder bewirkt. Für uns war es so, wir haben von Anfang an gesagt, wir hätten gerne Fenster in den Heckscheiben. Wir haben aber auch gesagt, dass wir uns nicht die Arbeit machen werden, selber Fenster in die Heckscheiben einzubauen. Das heißt, wir haben einfach gesagt, okay, wir visualisieren uns einen Van, der schon Fenster in den Heckscheiben hat. Und wie ihr seht, hat das relativ gut funktioniert. Wenn ihr jetzt neu beim Thema Visualisierung seid, euch damit noch gar nicht auskennt, wir haben da schon ein ganz ausführliches Video drüber gemacht, wo wir erklären, Step für Step, wie man richtig visualisiert, schaut da gerne mal vorbei. Ich verlinke euch das oben und nutzt es dann wirklich für euch, um den perfekten Rent zu finden. Wie gesagt, bei uns hat es richtig, richtig gut funktioniert. Jetzt habt ihr also euer perfektes Angebot gefunden. Und jetzt haben wir eine Checklist vorbereitet, wie ihr dann bei der tatsächlichen Besichtigung vorgehen könnt. Der Fabian geht die gleich im Schnelldurchlauf mit euch durch. Diese Checkliste findet ihr einfach unten in der Videobeschreibung. Da ist ein Link dabei, dann könnt ihr euch die ganze in Ruhe nochmal durchlesen. Und da ist sie auch ein bisschen ausführlicher, als wir das jetzt im Schnelldurchgang mit euch machen. Kommen wir zur Checkliste. Und ganz wichtig, bevor wir jetzt in die Zahlen, Daten, Fakten gehen, hört da auf euer Gefühl. Ist das mein Fahrzeug? Ist das mein Verkäufer? Oder fühlt es sich unrund an? Dann vielleicht eher nicht kaufen. Diese Checkliste ist eigentlich so konzipiert zum größten Teil, dass ihr alles am Telefon schon vorher abklärt. Und dann, wenn ihr dort seid am Fahrzeug, nur nochmal nachschaut, okay, ist das wirklich so wie versprochen. Und das geht los bei uns persönlich bei der ersten Frage, warum verkaufst du dieses Fahrzeug überhaupt? Fühlt da mal rein. Kann der überhaupt einen Grund nennen, warum er es verkauft? Weil wenn er rumdrückt, einfach mal gucken, ob es einen validen Grund gibt, weswegen der das Fahrzeug verkauft. Das Zweite ist, für was wurde dieses Fahrzeug genutzt? In unserem Fall war es ein Servicefahrzeug, alles cool. Von Paketfahrzeugen, also Zustellerfahrzeugen, wird man euch abraten, weil die sind dauerhaft an, aus, hinfahren, losfahren. Also dauernd Belastung auf einzelne Teile, ungut. Der nächste Punkt ist, hat das Fahrzeug noch TÜV? Und wenn nein, ist der Verkäufer vielleicht bereit, nochmal TÜV zu machen. Weil wenn ihr das Fahrzeug TÜV habt, könnt ihr euch ganz viel sparen an Dingen, die ihr kontrollieren müsst. Das macht dann nämlich der TÜV für euch, der gewährt euch die Sicherheit. Zumindest, dass das Fahrzeug verkehrssicher ist. Der nächste Punkt ist, wie viele Vorbesitzer hat mein Fahrzeug schon gehabt? Umso mehr Vorbesitzer es hat, da dürfen wir abwägen. 2, 3, 4, 5, ja, vielleicht noch alles cool. 15, ah, vielleicht nicht so ganz cool. Der nächste Punkt ist, sind alle Services gemacht worden? Ist das Fahrzeug lückenlos Scheckheft gepflegt? Oder gibt es auch da einen Nachweis, dass das Fahrzeug keinen Wartungsstau hatte? Kommt vielleicht ein Zahnriemen demnächst? Wenn ja, dürft ihr einfach nochmal ein paar 100 Euro, ein paar 5, 6, 7, 8, 900 Euro einplanen für Zahnriemenreparatur. Dann, ein weiterer Punkt ist, hat das Fahrzeug einen Unfall gehabt? Und auch da, ich persönlich, würde ein Fahrzeug, das einen Unfall hatte, nicht komplett gleich auskategorisieren. Unser Fahrzeug hatte auch eine kleine Delle oder eine mittlere Delle. Wenn ein Unfall gut repariert wurde, alles cool. War es jetzt ein kompletter Totalschaden und alles ist verzogen? Die ganze Kabine, ah, vielleicht eher nicht. Und der letzte Punkt ist ganz wichtig, das ist nämlich der Punkt zulässiges Gesamtgewicht. Normal sind diese guten Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen zugelassen. Die brauchen wir auch, weil wir wollen ja da was reinbauen. Das wiegt alles was. Es gibt auch Fahrzeuge, die sind nur bis 3 Tonnen oder 3, 2 zulässig. Da wird es dann oftmals schon kritisch. Also hat das Fahrzeug 3,5 Tonnen. Noch ein weiterer Tipp, wenn ihr euch irgendwie unsicher seid, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt es gar nicht so richtig bewerten, ob da alles passt oder nicht. Wenn ihr noch offene Fragen habt, dann fragt den Verkäufer vorab, ob ihr, wenn ihr die Besichtigung macht, eine Werkstatt aufsuchen könnt. Im besten Fall eine, die ihr selber ausgesucht habt und nicht der Verkäufer. Und einfach über alles nochmal drüber schauen könnt. Natürlich nehmt ihr dafür wahrscheinlich ein bisschen Geld in die Hand, aber es kann sich wirklich lohnen, weil einfach versteckte Schäden oder Überraschungen, mit denen man später nicht rechnet, einfach vorher schon zutage kommen. Und man basierend darauf seine Entscheidung treffen kann. So, jetzt hoffen wir, dass euch unsere Tipps geholfen haben, so wie sie auch uns geholfen haben. Wenn ihr euer perfektes Fahrzeug gefunden habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Lasst uns gerne miteinander verknüpfen, vernetzen. Und wenn ihr irgendwas Wichtiges vergessen habt, schreibt auch das in die Kommentare, dass andere Leute nochmal nachlesen können. Dann war es das mit unserer Kaufberatung in diesem Video. Im nächsten Video gibt es wieder einen Umbau. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns wieder besucht auf unserem Kanal. Peace!